Und dann gleich die Gastmannschaft fragen wird, welche Seite der Münze sie wählen. So, die Münze ist geflogen. Da der Whitehead als Erster mit den Gelsen Kirschern gesprochen hat, nehme ich an, dass die ihre Wahl auf die zweite Halbzeit verlegt haben. Die flattet. Mal in einer Flush-Formation. 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 Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. 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 Schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Schade, schade.